Ho, ho, ho! Hallo Ed, hallo Edda! Wie geht es euch? Tu war pur le mieux pour nous, Père Noël! Everything is fine, Santa! It's Christmas time! Et toi? Comment vas-tu? Ich bin etwas besorgt. Viele Menschen glauben nicht mehr an mich. Quoi? Comment se fait-il que de nombreuse personne ne croient plus en toi? How could people not believe in Santa Claus? Sie glauben, ich lebe nur in den Geschichten ihrer Kinder. C'est-ce quoi, peut-être, que tu n'existe que dans les livres pour enfants? Ha, 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 va l'hiver! Bien sûr que tu existes pour de vrai! Sure you are real! We have to show the people! Ich gehe aber normalerweise nur raus, wenn alle schlafen. Bien! On va faire un tour du parc ensemble! Tout le monde sera si content de te voir! Come on, Santa! Let's go through the park! People would love to see you! Na gut, aber lasst uns nicht gehen, lasst uns fliegen mit etwas weihnachtlichem Zauber! Wow! Look at all these presents! The lights! Wow! The reindeer! Wow! C'est ça! La magie de Noël! Ha, 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 ha! Gefällt es euch? It is perfect! What a beautiful smell! Na dann lasst uns aufspringen und unsere Reise beginnen! Mit funkelnden Lichtern werden wir durch die Straßen ziehen! Tragen wir Weihnachten in die Welt hinaus! Ha, 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 ha! Mit Funkelnden Lichtern Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020